Jetzt ist der Treffer nach knapp 84 Minuten da. Der Torschütze wird die gelbe Karte kassieren, das ist fix. Jetzt wirft er das Leibchen auch noch weg, man der neuen Spiel gekommen ist. 0 zu 1, da wartet er schon, Karl-Parteische, lange bis er das Trikot wieder an hat. Alexander Grünwald erlöst, die Austria verhindert das erste 0 zu 0 in der laufenden Saison und das etwas mehr als 5 Minuten vor dem Ende dieser Partie nach super Zuspiel von Roland Linz. Wenn ich es richtig gesehen habe, also hat Peter Stöger wieder alles richtig gemacht. Hier noch einmal, was glücklich kommt, er hier im Ballbesitz. Roland Linz spielt den Ball sensationell auf und dann hat Alex Grünwald kaum mehr Mühe. Zwei Wechselspieler besorgen also hier die Führung für die Austria. Roland Linz gibt hier eine Empfehlung ab.